Hallihallo und Herzlich Willkommen zu meinem Let's Play zu A Wizard's Lizard. Ja, das ist ein Ingame, ein recht neues Spiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich Indie ist oder einfach nur ein Entwickler. Aber ich kenne den Entwickler nicht. Er heißt Lost Decade Game, wie ihr unten seht. Und das Spiel kam irgendwie Ende Mai raus oder Anfang Juni. Und ist ein Action Run Spiel. Am nahesten ist es A Bending of Isaac oder wie es heißt. Angelehnt, hat aber auch Zelda und Gauntlet Futures drin. Und es geht über den Lizard, also die Eidächse vom Mager. Ein Pet oder was das ist. Und wir machen hier die Musik an, sie ist ein bisschen laut. Ich kann sie leider nicht leiser machen. Mit PZ-Einstellungen ist sie schon ganz leise. Ich kann dort auch nicht leiser machen. Leider. Und hier haben wir zur Auswahl, wie ihr seht, Schatten. Die kann man nicht auswählen. Random. Zu random kommt wahrscheinlich der Eindex hier. Okay. Also. Move mit WASD Case. Dann schauen wir uns um. Und wir können noch nicht angreifen. Wir haben noch kein Schwert, nichts. Bei Settings kann ich die K-Bendings noch ändern. Das möchte ich gerne noch machen. Da man mit der Maus angreift, ist das eigentlich egal. Interaktiv. Shift ist Dash. Ähm, die möchte ich gerne ändern. Dann mache ich hier 1 und hier 2. Also das sind die Nummern, also die Ober dem WASD. Diese Taste. Also. Ah, hier ist unser Magier. Wir sind sein Pet, sein Haustier. Und, ähm, erfahren jetzt die Story. Hallo. Ah, Raga! Du bist... Du hast Zeit gehabt zu mir zu kommen. Ähm, ich habe einen magischen Trank fertiggestellt. Und er schützt dich vor dem Tod. Äh, er stützt uns vor dem Tod. Genau. Und jetzt? Was war das? Was? Bah, bah, haha. Ich bin fertig. Ähm. Mit diesem magischen Trank, ähm, haben wir den Tod gemeistert. Oh, jetzt kommt ein Obermods. So, du, ähm, denkst du kannst dich schützen von meinem, ähm, ja, Domain. Was heißt Domain? Ähm, Reich oder so. Tod? Du kannst nicht länger meine Pa... äh, dich schützen von meinem Power oder so. Von uns. Ähm, Ruhe. Der Tod ist fern. Und das ist das schlechteste Ding, das du haben kannst. Mortal. Der Tod ist total. Komm in meine Krypta und ähm, schau meine Meinung an. Okay, er wird entführt scheinbar. Und wir müssen ihn jetzt retten. Oh, hier ist ein Trank ausgeschüttet worden. Aber scheinbar hat der Trank gewirkt. Und, ähm, wir haben dadurch ein zweites Leben. Also, wir sind dann tot. Also, wenn wir sterben, wenn wir diese Leben verlieren, dann sterben wir, aber haben noch ein Leben als Toter. Und wenn man als Toter stirbt, dann ist man weg vom Fenster. Und das heisst, in diesem Spiel neu anfangen. Ich denke mal, nach dem ersten Dungeon muss man dann nicht mehr komplett neu anfangen. Also, hier haben wir drei Sachen. Der Seelenorb, das Lichttotem und ein Schwert. Mit dem Schwert kann man so angreifen. Mit der linken Maustaste. Oh, alles kaputt. Ähm, ein Totem kann man so hinsetzen und das schützt uns. Ah, es macht Schaden wahrscheinlich. Okay. Und ein Soul Orb kann man auch benutzen zum Schaden machen wahrscheinlich. Da kann man sicher noch schauen. Das ist die Karte. Okay, ähm, der Soul Orb ist nicht zu sehen. Okay. Und der ist auch begrenzt. Wahrscheinlich brauchen wir neue Items, also neue Soul Ops zum einsetzen. Rago, hallo Kleiner. Ähm, was ist mit deinem Meister passiert? Ach, nein. Was? Warte, ähm, du möchtest ihn beschützen? Ja, dann geh in die Todes-Krypte, äh, in dem Todes-Krypte. Ähm, es ist gefährlich. Du musst, äh, meine Items, meine Sachen, äh, aufnehmen. Habe ich schon. Okay, ähm, ja, hier steht nochmals die Sachen. So, jetzt kann man hier überall rein. Ich war jetzt noch nicht überall drin. Ich geh mal hier links. Hier scheint's eine Halle der Graves. Graves, was heißt Graves? Da muss irgendwas passieren. Da kommen wahrscheinlich irgendwelche Items oder so rein. Das ist die Halle der Off-Mug. Okay, ich kann leider nicht so gut Englisch, dass ich's übersetzen kann hier. Dann ist hier die grosse Halle. In der grossen Halle gibt's irgendwie nichts. Oder noch nichts. Das sind die Entwickler, okay. Und hier drüben haben wir auch wieder so etwas. Also das sind alles so die Achievements, die Sachen, die man freischalten kann, wahrscheinlich auf den Sockel. Ah, hier haben wir zum Beispiel die Artefakte. Das kann ich hier übersetzen. Gut, ähm, und hier unten haben wir die Waffen, okay. Dann haben wir wahrscheinlich auf einer Seite die, ähm, die Rüstungen wahrscheinlich. Das sind die Rüstungen, okay. Hm. Schauen wir mal dann, was da dort reinkommt. Wir gehen jetzt zuerst mal hier hin und reden mit dem. Ähm, der Tod, ähm, hat einen Fluch auf uns gelegt. Das Museum hat alle Artefakte verloren. Ähm, und in die, ähm, Dungeons versetzt. Die Labyrinthe. Ähm, ja, wenn ich etwas finde, kann ich zurückkommen und sonst schauen. Ähm, du möchtest den Wizard retten. Ähm, ja, da muss ich mit den Leuten hier im Town, im Dorf reden. Okay, hier haben wir ein Geschenk, 500 Gold. Ähm, bitte nehmt diese 500 Goldstücke und, ähm, schau in irgendwas. Aha, wir müssen mehr Leute aus dem Dungeon befreien, damit unser Staat Gold erhält wird. Und hier müssen wir zuerst... Okay, wir müssen ins Cemetery gehen. Und... Komm, wieder zurückkommen. Und... Ja, wir müssen zuerst nach außen. Hier unten haben wir noch einen Shop, da kann man leider noch nichts kaufen. Weil es zu teuer ist. Okay, ähm, da steht noch was über den Soulblast. Okay, drei Pläne haben wir zum Kaufen. Und hier links ist... Zwei Quests scheinbar. Okay, hier ist blockiert. Und hier ist rot blockiert. Ja, Mistresse. Ding. Und hier haben wir die Taverne. Wir kommen in die Taverne. Ähm... Eine Menge von meinen Leuten, von meinen Regulars halt, ähm, sind verloren in den Dungeons. Und ich muss die zurückholen scheinbar. Aber macht natürlich die Inneneinrichtung schön noch ein bisschen kaputt. So, ich hoffe eben, es ist nicht zu laut. Also man hört halt ein bisschen schlecht die Stimme wahrscheinlich, weil die Musik so laut ist. Aber... Ja, eventuell werde ich sie auch ausmachen, wenn sie sich allzu wiederholt. Und jetzt ist... Die... Der Auftrag Töte den Tod. Also... Jetzt seht ihr euch schon, ähm, das wesentliche Spiel. Natürlich wird das immer wieder umfangreicher. Die Waffen werden besser als möglich. Die Gegner werden stärker. Und... Ja... Wir haben direkt mal eine scheiss Map. So viele Fledermäuse ist nicht gut. Eine Spreiz sogar Feuer. Wir haben leider nicht so eine Reichweite. Aber sind dem gut ausgewichen. Okay, noch eine... So schwer hatte ich es am Anfang noch nie. Also ich habe es ein paar Mal ausgetestet. Und... Ähm... Wir haben einen Schamanenhelm. Okay. Ähm... Ich habe es ausgetestet und es ist wirklich... Ähm... Ja, am Anfang war es leicht und dann war es plötzlich sehr schwer. Und hier ist es direkt sehr schwer wahrscheinlich. Das ist nicht so gut. So, wir haben irgendwie... Achievement bekommen. Für das schnelle Töten von Zombies. Oh! Ich war... Gefangen am Ding. Am... Am Grabstein. Ähm... Ich mache hier die Musik aus. Wenn wir in einen neuen Dungeon kommen, können wir dann die Musik nochmals wieder ein bisschen anmachen. Aber... Es ist doch ein bisschen zu laut irgendwie. Aber ich denke die Musik... Tut sich nicht allzu verirren. Also... Relativ viel mal ähm... Gleiche Musik. 50. Ist es schon wieder ein bisschen leichter. Hier haben wir sie nur um 50 Gold. Hier haben wir noch einen Zombie. Oder mehrere Zombies. Die Tore gehen immer wieder auf und zu. Ah! Du Geist du! So... Das ist eine Stachelfalle. Da darf man nicht so gut... Also es macht nicht gut, wenn man hier reinläuft. Bekommt man wahrscheinlich auch 10 Schaden. Und hier haben wir einen Shop. Wenn man den... Lattenbesitzer angreift, dann rastet er aus und der ist extrem stark. Ja, danke schön. Sehr nett, wenn ich jetzt intere... Okay, gut. Also wir haben noch zu wenig Geld. Und er sagt irgendwie Schrott. Ah, ich gebe nur den besten meiner Verkäufer von meinen Waren die Sachen in... Ähm, äh... Den könnte... Kann ich... Äh... Im... Im Dorf kann man dich besser helfen scheinbar. So, das sind Explosionsfässer. Da keine Gegner in der Nähe sind, machen wir den kaputt. Die machen auch fest. Aua! So. So. Okay, jetzt muss man runter. Oh, und hier... So ein bisschen... In der Unterzahl. Da könnte man einen Totem einsetzen. Aber ich mache es jetzt nicht, weil ich schaffe es auch noch. Ich kenne die Gegner so langsam. Okay, gut. Und hier noch... Eine Menge Zombies... Angreifen. Und alles ist zufallsgeneriert. Also... Nichts... Ähm... Ist gleich, außer die Gegner, die Items und so. Die droppen. Aber die sind natürlich auch unterschiedlich, aber meistens droppen relativ die gleichen Items. Aber eben nicht jedes Mal zum Beispiel den Schamanenhelm. Da habe ich übrigens zum ersten Mal gesehen. Und den kann man wahrscheinlich einfach... Der wird wahrscheinlich... Ja, der ist automatisch als Kopf-Ding ausgerüstet. Und... Okay, wann bekommen wir eine bessere Waffe? Hm. Jetzt... Steht hier noch, wie lange wir gebraucht haben und wie viel Schaden wir bekommen haben. Und können dann weitermachen. Oh, hier ist noch eine Münze. Aber das ist so wenig, dass es eigentlich nichts bringt, wenn man die alles zerstört. Ähm... Gehen wir mal nach oben. Oh, oh, oh. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine bessere Waffe und wir brauchen irgendwas zum Heilen. Mist. Verlieren wir hier schon? Nein. Wir haben nichts zu heilen. Aber es kostet viel Geld. Ich nehme mal das mittlere, das günstigere. Wow. Fünf. Hey, bist du ein Abzocker. Oh Gott. Ja, was soll man machen? Das Fleisch nehmen? Nein, das hat wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ja toll. Jetzt haben wir verschießen da. Schnell... Ja. Ja, toll. Das hat aber auch nicht zu viel gebracht. Aber wir haben es geschafft. Schnell heilen. Ach. Boah. Geh weg. Schlimm, hey. Das ist schlimm. Bin ich doch nicht umsonst gestorben. Das erste Mal. Vor der Aufnahme. Gut. Und... Wenigstens kann man das Spielstein wieder zurück setzen. Dann sieht man die Tote nicht. Aber natürlich ist das Spiel das Spiel zu... äh... das Ziel... das Spiel zu... äh... fertig zu machen. So. Hier haben wir noch eine Stachelfalle. Achtung. Und hier sind jetzt überall die Geister. Oh Gott. Wir haben nur noch 10. Oh Gott. Zum Goodlick hat er nicht angegriffen. Bitte gebt mir Lebensenergie. Bitte. Und du gehst weg da. Mach mir doch nicht so Angst, hey. Ich will nicht sterben. Ich bin so weit gekommen. Also wie man sieht auf der Karte geht's hier wahrscheinlich in die nächste Ebene oder zum Boss. Was? Wir haben so wenig Leben. Wir müssen noch irgendwas... Kriegen. Anheilung. Oh man. Oh man. Das fängt ja gut an, wenn wir jetzt schon stehen. Und gehen zum Shop. Ob. Vielleicht können wir uns was kaufen. Ja, wir kaufen jetzt einfach mal das Fleisch. 25. Und gehen nochmals runter hier. Hier. Da gibt's noch zwei Eingänge. Da gibt's noch zwei Eingänge. Gehen wir zuerst mal unten. Hier gibt's ein Rätsel. Huh. Hm. Wie kommt man da durch? Ein Aberkus. Ähm. Das sind die Nummern, die wir getötet haben oder was? Hm. Also. Wie kommt man hier durch? Gehen wir mal nach links. Eine Schriftrolle. Da haben wir aber zu wenig Geld. Ähm. Willkommen. Nimmt. Äh. Kauft dieses blaue Potter Ding. Diese blaue Pause. Genau. Und. Äh. Äh. Zum Dingembefehl. Kann man dann das kaufen. Was eigentlich heißt. Das Dorf so. Kann man dann das kaufen. Was da auf dem Plan steht. Oh Gott. Oh Gott. Da ist auch noch ein Ding. Äh. Äh. Die Ventilatoren blasen mich Richtung Mitte. Das nehme ich jetzt nicht auf. Komm. Oh. Eine Lederrüstung. Das schätzt uns ein bisschen auf. Ding. Von Schaden. So. Ich hatte eine Eisen. Oh Gott. Der war stärker. Ähm. Ich hatte eine Eisen. Kettenrüstung. Oder so. Und hier scheint es zu gefährlich zu werden. Ich nähere mich jetzt mal noch nicht. Der Mitte. Vielleicht passiert ja was. Nö. Passiert nichts. Okay. Es ist nicht gefährlich. Aber sie gefährlicher ist. Was kann man hier machen. Einen Token platzieren. Hm. Scheinbar nicht. Also wir haben zu wenig Geld für den Blueprint. Schade. Dann müssen wir wahrscheinlich diesen Dungeon nochmals machen. Ähm. Dafür haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld. Und diesen Schlüssel kann man einfach nicht holen. Okay. Ähm. Ja. Kann man nichts machen. Vielleicht komme ich auf die Lösung mal. Vielleicht finden wir irgendwo einen Schalter oder so. Oder wir brauchen ein bestimmtes Item dafür. Okay. Okay. Der Herztrank. Der füllt wahrscheinlich alle Leben auf. Oder er gibt einem ein Leben mehr. Und jetzt gehen wir hier nach unten. Hoffentlich. Äh. Kommen keinen Endpost. Also von diesem Dungeon. Oder sowas. Es geht sogar in die zweite Ebene. Hätte ich jetzt nicht genug. Was sind die dritte Ebene eigentlich jetzt schon. Okay. Hier haben wir 50 Schaden bekommen. Zeit ist 11 Minuten. Hier gibt es schon mal wieder Gold. Sehr schön. Aber leider kann man nicht mehr zurück. Aber leider kann man nicht mehr zurück. Aber leider kann man nicht mehr zurück. Okay. Das ist eine böse Falle. Oh. Hier ist ein stärkerer Gegner. Denke ich mal. Geh mal rüber bitte. Ja sicher. Ja sicher. Okay. Da muss man seitlich ausweichen. Oh. Wie stark ist der Gegner eigentlich? Und wieso? Mist den Zombie habe ich jetzt nicht gesehen. Gebt mir Leben. Leben. Ich brauche unbedingt Leben. Ich brauche unbedingt Leben. Ja. Das brauche ich jetzt auch nicht. Ach man. Die Falle natürlich noch. Hallo. Ich greife den da oben nicht an. Könnt ihr vergessen. Ah. Das tötet ihn sofort. Okay. Zum guten Glück. Ja sicher. Mehr von diesen. Eintreffen. Wir sind tot wahrscheinlich. Ja. Okay. Ah. Da sind wir halt im Geist. gut. Also hier kommen wir nicht sehr einfach raus. Hier kommen wir gar nicht gut raus. Wir haben noch keine gute, bessere Waffe. Und. Was sollen wir machen? Okay. Also jetzt sehen wir der Geist und ähm. Haben dadurch ein. Aha. Ja. Was ist denn los? Wieso werden die alles zu weisen Geisten? Ja sicher. Sicher. Ganz klar. Jetzt wird es irgendwie unfair. Oh. Shit. Das weiß ich doch als Anfänger noch nicht. Wieso seid ihr so unfair? Ja. Entwickeln. Geht's noch? Hallo. Gebt mir doch endlich mal etwas zu essen. Ich hatte doch immer das Glück Essen zu haben. In den vorigen. Ein paar Versuchen. Es waren glaube ich drei Versuche. Okay. Hier kam wieder ein weisser. Gebt mir doch mal etwas zu essen bitte. Wie unfair ist das denn? Ah das ist wieder ein Spiel. Das muss auf Unfähigkeit passieren. Ah das ist nicht gut. Komm. Und wie so ein Entwickler könnt ihr den Spielton nicht leise machen. Auch bei den Youtube Videos manchmal. Es ist zu laut. Nicht mein Headset ist zu laut. So. Allgemein ist es zu laut. Viele Sachen sind zu laut. Und lassen sich nicht mehr leise machen als es schon ist. Ah. Wir nehmen dieses Amulett. Den Kompass zeigt wahrscheinlich an wo irgendwas ist. Wir nehmen dieses Herz. Und was bringt es uns? Ja toll. Leben des Totems oder was? Na toll. Aha. Mhm. 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 Ähm. Der Kompass kaffe ich jetzt nicht. Und wie man sieht. Ähm. Wird es noch unfair. Der hat geschossen. Der hat geschossen. Ah. Ah. Ehe gehen. Okay. Ähm. Scheinbar haben wir jetzt nichts mehr. Ja. Wir müssen neu anfangen. Spielen wir halt ein bisschen Ball. Wenn schon ein Ball droppt hier. Ja. Jetzt hoffentlich ein bisschen besser generiert. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und wir sind ja auch ein bisschen intelligenter wissen welche schiessen welche nicht. Ich hoffe es bleibt so. Komm direkt mal eine riesen Stange Geld. Ja und. Ah. Schon das erste Leben verloren. Weil so ein kleiner Kauz erscheint. Okay. Hier erscheint nichts. Und hier ist schon der erste Shop. Ah. Aha. Jetzt bekommen wir einen Trick. Eine neue Waffe. Okay. Ich verstehe. Ja. Und ähm. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Wir sterben. Ich habe ihn angegriffen. Ich wollte ihn nicht angegriffen. Ach komm schon. Hey. Kann man ihn töten oder ist er unbesiegbar? Oh mein Gott das war schnell. Hey. Wir haben die Waffe verloren. Geht's nur? Haha. Also. Dann gehen wir halt nochmals. Jetzt aufpassen. Oh. Oh. Dann sehen wir auch direkt. Ja. Dieses Spiel birgt ein paar Frustmomente. Das ist wahr. Das war bei Binding of Isaac auch so. hier natürlich direkt Fledermöse. Hier natürlich direkt Fledermöse. Aber da wir nicht viel verlieren können. also ich denke mal nicht so viele Sachen bekommen. Ähm. Es ist jetzt eigentlich so extrem folgenschwer wenn man stirbt und das tut halt auch ein bisschen die Vorsicht und so das weiterkommen ein bisschen erhöhen. Und das macht ja noch Spaß. Wäre nicht gut wenn das Spiel keinen Spaß machen würde wenn wir so viel sterben. Aber das Spiel lebt für die Tote denke ich mal. Wer jetzt da ähm Binding of Isaac besser kennt der kann mir ja bisschen erklären wie es bei euch so ist. Weil ich habe Binding of Isaac nur als Let's Play gesehen. Und ähm ja. Da sind sie natürlich auch gestorben. Also es ist klar dass wir ähm in so ein Spielen halt sterben müssen. Das ist eben begriffen. Okay wir haben zu wenig Geld für dieses Zeugs. Das ist ein besserer Plattenpanzer scheinbar als der rechts. Und hier haben wir irgendwas. Es steht leider nicht dabei. Also man kann nicht eine Erklärung kriegen. Wo ist meine Waffe? Ich brauche eine bessere Waffe. Okay ein neues Achievement. Töte 10 von diesen Pflanzen. Okay ähm. Hier ist stumpfes Zombie-Töten angesagt. Wir müssen die töten. So viel Geld geben die nicht. Ich denke ich töte sie nicht. Wir gehen einfach weiter. Noch kurz die Falken töten. Noch kurz diese Zombies hier oben töten. Ja die geben eigentlich nur Gold. Okay. Die müssen wir schnell töten. Also mehrmals angreifen hinter einander. Und ähm. Der Ausgang scheint unten zu sein. Okay. Oh. Okay der Raum war relativ leicht. Vom Aussehen natürlich nicht. Da hatte ich schon ein paar mehr Probleme. Ja. Und scheinbar machen wir es uns sehr düster. Wenn wir diese angreifen. Aber man kann wenigstens noch sehen. Wenn man die zerstört hier. Die Fackel, ähm. Ja Ständer. Also gehen wir weiter. Ich hätte mir die Rüstung kaufen können. Aber, naja ich denke. Wir könnten das besser gebrauchen in dieser Ebene. Gehen wir nach rechts. Und hier ist wieder ein Schlüssel den wir nicht nehmen können. Hier ist es zu. Dann machen wir doch mal auf. Hier ist nichts. Hm. Dann nach links. Oh hier ist mehr. Gut, dass wir das eingesetzt haben. Sollten wir öfters machen. Also der Toten vor allem. Fast in die Stacheln gelaufen. Also jetzt sind wir gut dran. Komm. Eine bessere Waffe bitte. Oh. Ich hoffe die haben nicht allzu hohe Reichweite. Sonst muss ich wirklich weiter. Aber. Jetzt bin ich mal erwischt. Na die töten einen sofort. Und wenn wir das zweite. Also. Wenn wir dann als Geist herumlaufen müssen. Ist nicht so gut. Oh gut. Jetzt. Nach oben. Hier ist wahrscheinlich der Shop. Hoffentlich. nicht. Okay. Ähm. Gegen die haben wir weniger gute Chancen. Wir haben zwei. Zwanzig Schaden. Erlitten. Okay. Heftig. 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 Wir haben. Fünf Leben bekommen. Okay. Fünf Leben zur Energie. Ja sicher. Ganz genau. Ein Mimikri. Oh. Oh. Muss das sein. Oh. Da war ich nicht vorbereitet. Also. Das Spiel ist recht unfair. Oh Gottchen. Also hier geht es scheinbar weiter. Dann geht es unten. Noch ein bisschen. Und lang. Ich hoffe der Shop kommt gleich. Ich denke mal in jeder Ebene gibt es einen Shop. Ich gehe lieber nach links. War ein falscher Weg. Okay. Jetzt sind wir gut vorbereitet. Für den. Aha. Drei. 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 Haltet er aus. Gut. Und was ist das? Hm. Multistrike. Ah. Cool. Also die Ringe. Die Akersuas geben so. Effektboni. Und hier ist wieder dieser. Raum. Was muss man in diesem Raum machen. Für was ist der da? Hm. Hallo. Lass mich nicht wieder zurück bitte. Oh Gott. Diese Steuerung bei diesen Ventilatoren. Aha. Immerhin zerstören die nichts. Oh. Dual Deckers. Jetzt haben wir drei Deckers. zwei wegen dem Multistrike noch. Sehr schön. Hey. Jetzt sind wir recht stark. Und hier haben wir einen Bauplan. Schamanenhelm. Okay. Ah. Ich denke mal die Items bleiben konstant. Also. Wenn man die kauft im Town, dann haben wir den Ember. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Okay. Wir sind fertig in dieser Ebene. Haben 25 Leben. Plus noch 50. Ähm. Vom Tod. Vom Totenzustand. Das ist sehr gut. Ich hoffe. Jetzt schaffe ich die dritte, äh die vierte Ebene. Zuerst kommt die dritte. Also irgendwie machen die weniger Schaden an den Fackeln. Ja. Die dritte Ebene kommen zuerst. Bei der vierten waren wir, oder? Also. Gold einsammeln. Machen die durch allgemein weniger Schaden. Aber das ist nicht so gut. Wahrscheinlich auch wegen Effekten. Oh ja. Aber dafür sind sie sehr schnell. Okay. Haben auch nicht so eine große Reichweite. Doch. So schräg haben sie eine große Reichweite. Okay. Ähm. Geht ziemlich gut. Jetzt. Ja. Toll. Autsch. Das wäre nicht gut gegangen. Oh Gott. Hier. 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 Ich habe die andere Platten. Eine. Ich mache die Türen auf. Und das war die untere. Und hier ist ein Shop. Sehr schön. Kannen wir gleich mal etwas kaufen. Und ich denke mal, dieses Akersoire. und die Brustpanzer. Totemic hast. Anschalten. Senkt die Zeit, bis es wieder einsetzbar ist. Dann nehmen wir da natürlich die Bässe. Oh Gott. Scheisse! Das hat ja grössere Reichweite. Ah, das hat ja grösseres auf einer Seite. Mist, jetzt haben wir alles vermasselt. Ich bin so dumm. Ich denke, das schaffen wir nicht. Gib mir mal die Schuhe. Ja, wie können wir das schaffen? Es ist so unfair. Wieso ist es so unfair? Wenn man nicht mal sieht, wie man angreift. Also ja, ich habe schon gesehen, aber wie man ja, wie breit der Angriff ist, weil ihr habt ja gesehen, je nachdem, wie man so angreift. Ähm, ja. Wenn man so nach links unten angreift, hat man irgendwie breite Reichweite und so. Gottchen. Ich hätte nicht angreifen sollen. Hier. Stirb. Gottchen. Also, wir leeren daraus. Ah, Mann. Kann ich jetzt den nicht kaufen? Wir haben zu wenig Geld hier in der Stadt. Okay, dann mache ich einen neuen Part. Bis gleich.